Hey Johannes hier von newgadgets.de und heute habe ich was richtig cooles für uns Technik-Nerds und zwar hier von X-Re-Art. Die nehmen nämlich alte Hardware und hauchen den neues Leben ein und zwar in Form von Kunst, die wir an die Wand hängen können. Ich habe hier einmal das allererste iPhone, das iPhone 2G und hier die allererste Apple Watch. Und da bin ich nochmal sehr gespannt, wie das Ganze aussehen wird und das erfahrt ihr in diesem Video. Also viel Spaß beim Zuschauen. Packen wir das Ganze jetzt mal aus. Ich habe hier erst einmal das iPhone 2G und da bin ich nochmal sehr drauf gespannt, denn ich persönlich bin erst mit dem iPhone 3G in die Apple Welt eingestiegen und irgendwie hatte ich das iPhone 2G, also das allererste iPhone, noch nie wirklich in der Hand. Keine Ahnung warum. Also was erwartet uns hier, wenn wir es öffnen? Okay, wir haben hier einmal X-Re-Art, dann natürlich ausreichend Schutz und hier den Rahmen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Das sieht schon sehr cool aus, muss ich sagen. Also klar, man sieht hier ein paar Kratze auf der Rückseite. Die nehmen natürlich schon ältere Geräte, die wahrscheinlich auch nicht mehr funktionieren, sonst könnte man die ja auch noch für ein bisschen mehr Geld verkaufen. Jetzt halte ich auch endlich mal ein iPhone 2G in den Händen. Nur als Explosionszeichnung, aber wenigstens etwas. Und ich muss sagen, wenn ich hier da drauf gucke, das fasziniert mich schon ein bisschen, dass wir hier auf dem 3,5 Zoll Display irgendwas machen konnten. Also wenn wir uns aktuelle Smartphones anschauen, wie groß die jetzt sind. X-Re-Art, die nehmen hier die Technik auseinander und drapieren sie schön mit Beschreibungen zu einem richtig tollen Kunstwerk für die Wand, wie ich finde. Schauen wir uns einmal ein bisschen genauer an, wie schon vorhin erwähnt. Wir haben hier natürlich die Metallrückseite, die auch da ein bisschen ein paar Kratze hat. Es sind ja auch selbstverständlich gebrauchte Geräte, die hier genutzt werden. Für mich ist das auf jeden Fall was ganz Besonderes, denn ich halte ja hier ein Stück Technikgeschichte in der Hand. Apple reinvents the phone, das haben sie auf jeden Fall wirklich gemacht. Und es ist einfach faszinierend, wie die Zeit auch vergeht. 2007, am 29. Juni 2007 wurde das vorgestellt. Bis zum 15. Juli 2008 produziert. Das ist noch gar nicht mal so lange her, fühlt sich aber irgendwie an wie eine Ewigkeit. Wenn ihr euch das hier anschaut, dann fällt vielleicht auf, dass wir hier keinen Akku haben. X-Re-Art verzichtet hier auf einen Akku und wenn sie einen Akku hier drauf packen, dann ist das nur ein Dummy, was natürlich absolut in Ordnung ist. Denn alte Akkus könnten natürlich auch ein kleines Firehazard sein. Was mir auch auffällt, wenn ich mir das Ganze hier nochmal anschaue, was für große SIM-Karten wir damals verbaut haben. Also die kleinen Nano-SIMs aktuell, die sind ja schon echt winzig, aber was wir hier damals verbaut haben, das ist ja hier schon ein Drittel des Logic Boards. Kommen wir mal zur Apple Watch und da muss ich auch sagen, dass ich lustigerweise noch nie eine Apple Watch besessen habe, was natürlich schon ein bisschen schade ist. So, hier ist auch noch eine Schutzfolie drauf, sorry, wenn das ein bisschen lauter ist. So, die mache ich hier mal ab. So, immer wieder ein schönes Gefühl. Und auch das sieht echt cool aus. Ich bin ja schon ein iPhone-Fan, aber irgendwie hat es mir die Apple Watch nie angetan, deshalb habe ich mir auch nie eine gekauft. Am 24. April 2015 wurde sie vorgestellt. Und auch hier haben wir eine wirklich sehr schöne Explosionszeichnung der Smartwatch. Und übrigens sieht man hier auch den von mir vorhin angesprochenen Akku-Dummy, denn dieser kleine Akku, der hier verbaut ist, 250 mAh, der ist ja nur ein Dummy. Für Apple-Fans sind diese beiden Geräte natürlich überaus wichtig und ich finde sie auch wirklich sehr, sehr cool. X-Re-Art hat natürlich nicht nur das iPhone 2G und hier die Apple Watch im Programm, sondern natürlich auch noch mehrere Geräte. Wenn wir uns die mir mal auf der Webseite anschauen, haben wir hier das iPhone 2G bis hin zum iPhone 10, aber auch das erste Samsung Galaxy S und ein Nokia E71 gesellen sich dazu. Also die sind auch sehr cool, muss ich sagen. Was ich sehr cool finden würde, wären natürlich auch Retro-Rahmen, wie beispielsweise so ein Nokia 5110. Das hätte eigentlich auch schon was, aber keine Ahnung, ob der Schinken in diesen dünnen Bilderrahmen passen würde. Also das sind natürlich damals auch wirklich dicke Dinger gewesen. Was ich auch sehr cool finde, sind die Handheld-Konsolen, natürlich hier vom Game Boy über den Game Boy Pocket bis hin zum Game Boy Advance SP. Und auch die Sony PSP, die ich hier absolut geliebt habe, ist dabei und ich bin mir auch sicher, dass ich mir da nochmal was aus dem Gaming-Bereich holen werde. Preislich sind diese Technik-Kunstwerke natürlich nicht gerade super günstig. Es geht los ab 139 Euro hoch bis 449 Euro für eine limitierte Version des iPhone 2G. Das ist natürlich jetzt nicht spottbillig, aber natürlich müssen die Geräte auch auseinandergebaut werden, hier draufgeklebt werden, zu euch geschickt werden. Also es ist schon noch ein bisschen Arbeit, sowas selber zu machen ist möglich. X-Reiart hat da auch Do-It-Yourself-Kits, wo sie einfach nur den Rahmen und die Beschreibung drauf liefern und ihr müsst dann einfach euer Smartphone oder euren Game Boy selber auseinander bauen. Die liefern da auch das Werkzeug dazu und dann müsst ihr es hier selber drauf kleben. Die sind dann etwas günstiger. Natürlich ist es auch irgendwie ganz cool, das selber zu machen, aber ehrlich gesagt habe ich da einfach keine Zeit für, auch wenn es bestimmt Spaß machen würde. Da greife ich lieber auf sowas zu, was schon fertig bei mir ankommt. Dann muss ich nur einfach an die Wand klatschen. Ja, und wo bekomme ich das Ganze jetzt her? X-Reiart hat natürlich eine Webseite, einen Shop, den könnt ihr euch unten in der Videobeschreibung anschauen. Und es gibt auch deutsche Händler, die die X-Reiart Technik-Rahmen im Angebot haben. Und die findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Es gab jetzt zwischenzeitlich auch ein Update bei den Rahmen. Jetzt wird Tempered Glas verbaut, 2 mm dick. Das Tempered Glas ist noch etwas stabiler und kratzresistenter. Außerdem verwendet X-Reiart jetzt auch ein neues Material für die Displayrahmen, ein neues Holz. Und zwar wird hier jetzt Buche verbaut. Das ist auch etwas härter als der Vorgänger. Und das war mein Video mit den Technikrahmen hier von X-Reiart. Mich würde natürlich interessieren, was ihr davon haltet. Finde ihr sowas cool oder sagt ihr, es ist absolut unnötig? Lasst es mich doch gerne einfach unten in den Kommentaren wissen. Und falls ihr Fragen habt, dann haut sie doch auch gerne unten in die Kommentare. Und ich werde versuchen, sie für euch so schnell wie möglich zu beantworten. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben hinterlasst. Das hilft mir natürlich immer sehr. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ciao!